Willkommen zurück, Pokémon-Freunde! Heute wollen wir Tempera City genauer erkunden und in die Arena gehen. Hier von diesem Dude bekommen wir beispielsweise den Seidenschal, der ist dazu da, um Normalattacken noch ein bisschen stärker zu machen. Eine gute Sache also. So, dann können wir darüber hinaus hier im Anfangsbereich noch eine verbesserte Angel bekommen, und zwar von dem Kerl hier. Ein junger Trainer auf Wanderschaft, also was? Lass mich raten, auch du willst hier richtig geile Pokémon aus dem Wasser fangen, nicht wahr? Na, dann brauchst du eine Angel für einen Profi. Wie gut, dass ich ein Profi bin. Willst du eine Profi-Angel? Ja, na klar! Ja, ich krieg eh Tausende gesponsert. Hier hast du eine. Danke! Aber wir können hier keine Pokémon angeln, ne? Schade, sonst könnten wir hier einen Wundertausch machen. Ähm, aber wenn's danach geht, könnten wir sowieso in einige Städte zurückkehren per Fliegen und dort dann angeln. Also, ich hab das nicht vergessen, einige Leute schreiben mir das immer in den Kommentaren. Jetzt oder in der Angel, jetzt kannst du dir noch Pokémon holen und hier und da und bla. Ich vergesse das nicht, Leute, aber wir haben einfach noch kein richtiges Pokémon, das fürs Team halt da ist und fliegen kann. Deshalb warte ich damit noch ein bisschen. So, diese junge Dame hier habe ich gesucht, denn sie gibt uns einfach völlig random eines der besten und geilsten Items, die es in ganz Pokémon überhaupt gibt. Und zwar, das Glücksei. Ja, ich kann's auch kaum fassen, aber man bekommt es einfach so hinterhergeschmissen. Unglaublich! Eigentlich auch ein bisschen traurig, wenn man ehrlich ist, weil das Item ist so besonders und du bekommst es im Spielverlauf von einem random NPC in einem Hotel. WTF. Also, für diejenigen, die sich nicht auskennen, das Glücksei ist dazu da, um doppelte Erfahrungspunkte zu bekommen und das ist halt schon echt krass. Das hilft mir aber beim Hochtrainieren von neuen Teammitgliedern, von daher, eine ganz gute Sache. Willkommen zum total zufälligen TM-Quiz. Gibst du mir die richtige Antwort, gebe ich dir eine TM. Bist du dabei? Ja. Los geht's. Hier kommt die Frage. Von welcher Attacke ist die Rede? Langsamere Pokémon kommen fünf Runden lang als erste an die Reihe. Müsste bizarrer Raum sein. Jo. Richtig, die Kandidatin erhält 100 Punkte und natürlich eine wunderschöne TM. Ja, wundert mich nicht, dass es die TM bizarrer Raum ist. Komm doch auch morgen vorbei. Ah, sehr cool. Man kann da wohl an jedem Tag eine TM gewinnen. Das ist eine schöne Sache. Vier dürften es insgesamt sein, weil es gab vier Auswahlmöglichkeiten. Ja, dann versuche ich später, wenn wir dann wie gesagt fliegen haben, her, zurückzukehren und mir die anderen TM's auch noch zu holen. Das sind jetzt, wenn ich richtig gesehen habe, zwar keine allzu wichtigen, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Oh, was ich noch ganz vergessen hatte zu erwähnen ist, ich habe getauscht. Wir haben jetzt ein Gengar. Und hier bekommen wir von diesem Typie auch noch ein Item. Die Magnetbahn fährt immer wieder vor und zurück. Das erinnert mich an einen Metronom. Setzt ein Pokémon, das ein Metronom hält, immer wieder dieselbe Attacke ein, wird diese stärker. So, und da frage ich mich, wenn ich das jetzt Miltank gebe, wird dann Walzer noch krasser? Also, ich setze vorher einen Igler ein, Miltank trägt Metronom und setzt dann Walzer ein. Wie, 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 wie ultra krass ist denn dann bitte die Stärke? Funktioniert das in Kombination? Kenne ich mich nicht aus, liebe Experten? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich würde auch mega interessieren, wie viel Stärke das dann hätte. Holy shit. Das müsste doch dann wirklich, spätestens in der dritten Runde, die stärkste Attacke der Welt sein. Alter. Hey, hör dir bitte mal an, wie ich Pokémon-Rufe imitiere. Aufgepasst, ich arme jetzt den Ruf eines deiner Pokémon nach. Das ist jetzt natürlich peinlich, wenn ich die Antwort nicht weiß. Es müsste aber am Fitzel sein. Gott sei Dank. Ja, das stimmt natürlich. Du musst es ja auch wissen. Hier für dich ein Pokéwedel. Ja, jetzt nichts, was man unbedingt braucht. Damit kann man halt ein paar Viecher loswerden, ne? Und ich glaube, dieser Typ hier, der spielt random eine Musik ab. Oh. Und dann muss es natürlich gleich die traurige Mucke sein. Die ist zwar wirklich wunderschön. Ten out of ten. Aber nun mal traurig. Und komm, wir wollen heute Spaß haben. Es ist ja kein Pokémon gestorben und nix. Das passt schon. Oh, da fällt mir gerade ein. Die Musik habe ich, glaube ich, in meinem letzten Pokémon-Blatt grün, Randomizer-Naslog-Part abgespielt. Als ich noch mal die ganzen Toten eingeblendet habe. Ja, ja. Das werde ich vermutlich auch diesmal wieder machen. Natürlich werden alle toten Pokémon am Ende noch mal gezeigt und gewürdigt. Ist ja klar. So, und hier sieht man auch die Schiene von der Magnetbahn. Ziemlich cool. Und da unten ist der Hafen. Da von... Von dort kommen wir gerade. Und jetzt sind wir hier oben auf diesem Berg und wollen in die Arena gehen. Ähm... Was will der denn jetzt? Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Ich musste dich treffen, weil ich unbedingt eine Mega-Entwicklung sehen will. Ähm... Ich habe aber gerade kein Pokémon... Ach, vergiss es. Natürlich ist es dir überlassen, ob du die Mega-Entwicklung einsetzt oder nicht. Aber als Pokémon-Trainer würde ich gern sehen, was in Pokémon steckt. Das kann ich dir auch so zeigen, Alter. Hui, ich muss zugeben, ich wusste nicht, dass der einen jetzt hier angreift. Aber wir werden das schon schaffen. Das Dumme ist nur, ich habe keine Ahnung, wer auf Platz 1 gerade ist. Ah, der Dynamo, okay. Hm. Ja, genau. Das Psiargon ist einfach mal auf 31. Na ja, gut, okay. Im letzten Part, wo wir die Azurbucht abgegrast haben, haben sich unsere Pokémon auch prächtig entwickelt. Natürlich haben wir es auf 33 und könnte es ja schaffen gegen dieses Psiargon. Ladestrahl! Ah, ich hasse sowas. Dumme Mogel-Hieb. Ich kann jetzt die Power von dem Viech leider nicht einordnen, aber wenn er jetzt schon ein Lichtschild abfeuert... oder aufstellt, besser gesagt, dann kann ich, ehrlich gesagt, machen, was ich will. Das wird zu nichts führen. Na schön. Ähm. Wir haben keine Unlichtattacke, ne? Ah, ist das doof. Ähm, man, man, man. Er hat noch keinen Reflektor aufgestellt. Vielleicht kann er das auch gar nicht. Deswegen gehen wir rüber zum Mil-Tank. Das dann, das dann auf fysische Ebene schon mal reinzimmern kann in dieses Vieh. Und natürlich auch defensiv gut dasteht. Dieser Kalem mit seinen fiesen Taktiken. Geht mal gar nicht. Rückkehr! BAM! Ja, geht so. Es könnte mit ein bisschen Glück ein Two-Hit-KO werden, aber nicht safe. Wäre schon nice, aber... Vielleicht bleibt auch ein KP übrig. Ich mach guckiiin... Oh, nein! Sehr gut! Der hätte echt Ärger machen können. Aber das haben wir geregelt. Das haben wir geregelt. Und kriegen nochmal KP zurück. Supi. So, der nächste ist... Absol. Okay. Ja, da könnte man natürlich mit Kampf angreifen. Und ich werd's auch probieren. Klubschi, komm mal her. Doch Vorsicht! Absol ist auch nicht zu unterschätzen. Es kann schon einige gute Attacken. Okay, Biss gehört jetzt eher weniger dazu, aber es hat Step dabei. Was zur Hölle? Wieso war das so stark? Ne, ernsthaft, wieso war das so stark? Wie gesagt, es hat Step-Bonus ja, aber... Das war ja fast ein One-Hit-KO. Klubschi, hältst du überhaupt irgendwas noch aus? Was ist mit dir los? Du brauchst dringende Entwicklung, Alter. Ja, wenn das so ist, dann wieder zurück zum Mil-Tank. Die anderen können alle nix. Ich seh' ein bisschen schwarz wie die Arena. Nee. Alter, was ist denn da los? Dieses Absol- Rastet komplett aus. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Der Biss ist OP. Hat das Viech irgendeine Fähigkeit, was den Biss nochmal pusht? Klar, das war gerade ein Critical-Hit, aber... Das hätte auch ohne. Ziemlich viel abgezogen. Machen wir mal einen Igler. Was ist denn hier los, Alter? Wieso brettert das so übelst rein? Aber soll er machen? Soll er machen? Er kann mich damit nicht töten. Ich habe jetzt meine Verteidigung erhöht und teile mich mit Milchgetränk. Ja, der versucht auch alles, ne? Der versucht auch alles. Ich werde jetzt aber nicht den Fehler machen und auf Walzer gehen, weil ich weiß ja nicht, was da noch kommt und so. Ich habe den einen Igler jetzt nur zur Sicherheit gemacht, weil wir halt auch Zeit haben. Und greife jetzt mit Rückkehr an. Boah. Wie oft hat der denn bitte das Glück mit den Critical-Hits? Ist ja ein richtiger Freak. Aber down. So, jetzt noch der Starter. Aber den sollten wir doch schaffen, ne? Er sollte auch noch nicht voll entwickelt sein. Igastarnisch. Level 33. Ähm, ja gut. Weiß ich nicht, ob ich jetzt da zu Bulnona gehen soll, ehrlich gesagt. Weil die ist halt eh schon auf so einem hohen Level. Ja, aber der Rest kann nix. Gengar ist auch noch zu schwach. Ach komm Miltank, du hast heute einen Glückstag. Mach sie einfach alle kalt. Und selbst wenn er mit einer Kampfattacke kommt, das packen wir schon. Ne, der beißt auch zu. Hey Kalem. Du solltest mal mit deinen Pokémon zum Tierarzt gehen. Die sind alle ziemlich bissig. Irgendwas stimmt doch da nicht. Die haben ne psychische Störung oder so. Das schauert es an. Der kann doch mit Sicherheit auch Steigerungen ziehen. Oder? Also, ich denke halt, dass er das kann. Vielleicht aber auch erst die Weiterentwicklung. I don't know. Wie die noch sei. Stirb! Jo, Miltank hat geregelt. Der Rest guckt blöd rein. Kann nichts. Das muss sich natürlich in der Arena ändern, ja. Neue Attacke brauchen wir nicht. Miltank ist gut, so wie es ist. Aber großes Lob, Kalem. Du hast dich sehr, sehr prächtig entwickelt. Und wir, wir haben noch was zu tun. Hast du mir nicht zugehört? Ich fand dich gut. Naja. Passt schon. Ich tu jetzt mal Gengar nach vorne. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es ein bisschen was in der Arena regeln kann. Es ist eine Pflanzen-Arena. Also, wir haben auf jeden Fall unser Vulnona als Backup. Aber, hu, ich wollte eigentlich ins Poker Center. Aber, ich will das Vulnona da so wenig wie möglich verwenden. Weil es hat halt schon ein hohes Level. Und wir versuchen auf andere Art und Weise in dieser Pflanzen-Arena weiterzukommen. Es gibt bestimmt das ein oder andere Pflanzen-Gift-Pokémon, dass wir dann wiederum... Ne, Quatsch. Ich habe ja gar keine Psychogenese. Ach, fuck. Ja gut, aber reine Pflanzen-Pokémon sollten eine Gift-Schwäche haben. Oder? Ja doch, eigentlich schon. Haben wir irgendeine Psycho-Attacke? Als TM. Ja, Erholung. Toll. Das bringt's nicht. Gehen wir mal allgemein die ganzen TM's durch. Nein. 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 Nein, danke. Da ist wohl nix. Höchstens die Dunkelklaue. Wie schaut's denn aus? Haben wir überhaupt eine Geist-Attacke? Eine gute? Nachtnebel. Ja gut, richtet sich halt nach dem Level. Boah, da würde ich fast sagen, ist es tatsächlich besser, wenn wir die Dunkelklaue nehmen. Zumal sie eine hohe Volltreffer-Quote hat. Also zumindest fürs Erste, bis eine bessere Geist-Attacke kommt. Ich hoffe, dass eine kommt. Aber früher oder später müsst ihr auch noch Traumfresser erlernen. Das hat natürlich auch safe einen Platz im Moveset. Mit Hypnose eine tolle Kombi. Ja, mehr ist da nicht drin aktuell. Müssen wir uns so irgendwie durchcheaten. Aber sag mal, warum haben denn alle Arenaleiter ihre Arena in eine Höhle gebaut? Was ist denn das? Sind das alles Höhlenmenschen oder was? Sag gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Der alte Amaro kämpft mit Pflanzen-Pokémon. Auf dem Weg zu ihm findest du überall Lianen, die von der Decke herabhängen. Spiel Donkey Kong, halt dich gut daran fest und schwing dich damit über die Abgründe. Mit genug Schwung wird der Sieg dein sein. Ja, ich hoffe doch. Und auch wenn das eine klare Angelegenheit sein sollte, da ich nicht sicher spiele, sprich wohl nur noch nicht nach vorne tue, könnte es halt trotzdem spannend sein. Mal sehen! Wenn ich aber jetzt nicht völlig doof bin, dann müssten reine Pflanzen-Pokémon eine schwächige Gift haben. Wegichitter ist rein Pflanze, oder? Ich denke. Probieren wir es also aus. Gift-Schock. Als ob der schlecker kann. Ja, okay, das passt. Das passt. Aber... Ihr habt ja gesehen, wieviel Schaden das gemacht hat. Ich muss Gengar langsam an diese Sache heranführen. Ganz langsam. Deshalb wechseln. Er bekommt ja trotzdem eine Menge EP, die er brauchen wird. Der Selberblick ist mir relativ wurscht. Klar, hätte ich das jetzt gewusst, ne? Hätte ich angreifen können. Leider konnte man das aber nicht ahnen. Naja, gut. Dafür war es ein Free-Switch. Und die Angelegenheit ist schnell abgehakt, sowie Level 27 erreicht. So muss das sein. Aber wenn die hier schon mit Level 30 rumhantieren, dann dürfte der Arena-Leiter richtig rein brettern, ey. Ei, ei, ei. Also da brauchen wir auch, äh, KP-Heilung immer mal wieder. Wäre halt schon scheiße, wenn Gengar wegstirbt, ne? Aber ich darf's nicht off-screen leveln. Es muss jetzt sich irgendwie so hochziehen. Hocharbeiten. Ganz safe. Ich versuche 8 zu geben, aber ich kann natürlich nicht versprechen, dass nicht irgendwann was schief geht. Ist halt so. Und dann hast du lockt, da bist du nie sicher. Und heftige Schicksalsschläge sind an der Tagesordnung. Gengar ist halt schnell und haut voll rein, aber hält nicht viel aus. Und trotzdem war dieses Wege-Cheater schneller, ne? What the fuck? Nee, Moment. War das Wesen nicht eins, was die Init gesenkt hat? Nee, lässt sie ansteigen. Trotzdem war er schneller? Alles klar. Das muss sich ändern, Gengar! Werde gefälligst schneller! Und ähm... Ich sollte ihm vielleicht auch eine bessere Attacke... Quatsch, ein besseres Item geben. Es müsste nämlich immer noch Münz-Amulett tragen. Das ist jetzt vielleicht der falsche Zeitpunkt dafür. Ich weiß ja nicht. So, Gift fällt raus, weil Castador eben auch vom Typ... Ähm... Stahl ist. Es ist aber nicht besonders stark. Daher probiere ich jetzt erstmal die Hypnose. Und die trifft sogar! Da pennt er. Allerdings sollte das Viech auch, ähm... eine Fähigkeit haben, die mir Schaden macht, wenn ich es berühre. Und ich glaube, das wäre bei... Dunkelklaue der Fall. Also wechseln wir. Zu... Ja, diesmal zu wohl... Nun... Ja, doch. Weil es geht nicht anders. Diesmal geht's nicht anders. Es macht ansonsten einfach viel zu viele Schwierigkeiten, die nicht sein müssen. So, und eingeschläfert habe ich's deswegen, weil es könnte halt auch irgendwelche Hazards regen. Ist jetzt eher ungewöhnlich im Game, aber... Wer weiß. Ich habe keine Lust auf, auf, äh... Wie heißen sie noch gleich? Giftspitzen und Co. L'Ombrero! Uh! Den können wir mit Feuer nicht erledigen. Ähm... Lassen wir das mal den Tunamo machen. Das... Das sollte schon in Ordnung gehen. Für alles will ich jetzt das Gengar nämlich auch nicht einsetzen. Ja, der Nassmacher interessiert mich nicht. Das war halt eine Antwort auf wohl Nona, die allerdings nicht notwendig war. Ihm hätte ja schließlich klar sein müssen, dass ich wechsle. So, nur neutral effektiv. Der Pflanzentyp, äh... Ermöglicht ihm dies. Aber trotzdem ist der Schaden in Ordnung und Tunamo sollte das schaffen. Wenn nicht irgendwas Beschissenes unvorhergesehen ist bis jetzt. So, jetzt kriegen wir auch noch einen Boost. Und die Kratzfuri geht daneben. Ist das nicht schön? Nein! Meine Kackattacke auch! Ist nicht wahr. Deswegen nie zu früh, Freund. Noch mal einen Boost. Also wenn da jetzt irgendein Pokémon kommt, was er schaffen kann, dann lass ich ihn drin. Aber so viele Pflanzenflug-Pokémon gibt es nicht, ne? Wenuf Bleibis. Ähm, ich glaube das ist nur Pflanze. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es aber riskieren und Ladestrahl einsetzen! Komm, zweifacher Boost! Oh nein! Das ist sogar nicht sehr effektiv. Was zur Hölle? Ja, okay. Stimmt. Stimmt. Da hatte ich einen Denkfehler. Sorry. Wenuf Bleibis müsste nur Pflanze sein. Und deswegen ist es auch nicht sehr effektiv. Passt schon. Okay. Dann rüber zu Gengar. Probieren wir es mal mit Gift-Shop. Krankenhieb ist süß. Mehr aber nicht. Nein! Der steht noch. Verschwendet aber seinen Zug. Ich bleib bei Gift-Shop. Für alle Fälle. Und es vernichtet ihn. Nice. Oh ja. Noch ein Level. Noch ein Level. Oh. Haha. Plus 4 bei Init. Man merkt, äh, was es für ein Wesen hat. Ähm. Ja. Gegenstoß. Haben wir natürlich auch als TM, ne? Aber es macht keinen Sinn, weil... Wir sind zu schnell. Ich habe es ja schon mal erklärt. Bei Pokémon mit hoher Init ist das Quatsch. Leider, leider. Wie es ist so. Bis jetzt gefallen mir aber auch die Pokémon hier in dieser Arena sehr gut. Sowohl vom Level her, als auch halt von der Vielfalt. Es ist eine gute Sache. Achso, wir haben die Ebene schon hinter uns. Okay. Dann geht es jetzt hier hoch. Oder? Hä? Bin ich dumm? Hä? Ernsthaft? Wo geht es denn weiter? Irgendwas stimmt hier nicht. Was zum... Hier waren wir doch schon, oder? Oh. Nein. Dann habe ich diesen Weg wohl übersehen. Mist. Okay, machen wir das noch schnell? Roselia. Roselia, Roselia. Wäre jetzt natürlich mit Psycho schnell down. Habe ich aber nicht. Muss ich bei Gift bleiben. Was aber glaube ich... Nee, ist neutral. Ist neutral. Okay. Ich wusste jetzt nämlich gerade nicht, wie Gift auf Gift reagiert. Ist wohl nicht sehr effektiv. Aber weil es eben auch vom Typ Pflanze ist, ist es im Endeffekt neutral. Und das passt schon. Auf jeden Fall hat es Gengar geschafft. Sehr schön. Und wieder ein Level Up. Komm 30 kriegst du noch hin. Bevor wir zum Arena Leiter müssen. Und die Burma-Dame. Die könntest du eigentlich auch noch besiegen. Was ist das nochmal? Käferpflanze, oder? Scheiße, warum kann der Konfusion? Was zur Hölle? Aber Gift Schock hat 100% Trefferquote, ne? Sollte also alles gut gehen. Das habe ich mal überhaupt nicht erwartet. Kommt denn mit Konfusion daher? Wow. Ein kleiner Schock am Ende. Aber alles ist gut. Wir haben es geschafft. Und im nächsten Part gibt es den krassen Arena Kampf gegen den Pflanzen Arena Leiter. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann. Ciao.